Herzlich willkommen bei Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Fragen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute ist der 23. Mai 2020. Martina, hallo, Oliver, hallo, ich bin Till und wir steigen direkt ein. Achtung, Achtung, hier ist Sebastian Kurz, der Bürgermeister von Österreich. Ich freue mich sehr, dass dieser Podcast beschlossen hat, seine aktuelle Sendung meinem schönen Lande zu widmen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich sagen, ich kann nix dafür, wenn meine Minister Leute in öffentliche Schulen einladen, die dann da gefährlichen Unsinn erzählen, bis sie schließlich von wütenden Eltern rausgeworfen werden. Ich kann auch nix dafür, wenn meine Minister zu viel koksen und dann unsere geheimen Pläne an osteuropäische Busenwunder verquatschen. Ich kann überhaupt gar nix dafür. So, und jetzt bin ich fertig und jemand soll mich abholen. Mama! Oliver, du willst heute mit uns über Sex reden? Ja, eigentlich möchte ich, das stimmt, eigentlich möchte ich aber mehr über Leute über Christen reden, die über Sex reden. Ah. Die Überschrift sollte also lauten, Christen reden über Sex mit euren Kindern. Aha. Und zwar gab es da um den Jahreswechsel 2018, 2019 einen großen Krach in Österreich. Und das wollte ich schon eine Weile hier im Podcast besprechen, habe das dann einmal aufgeschoben. Und vor ein paar Folgen, ich glaube es war Folge 57, Till, hast du berichtet, über den Plan der EKD, das Grundgesetz zu umgehen und sich über den Schulunterricht in Schulen und an Kindergärten an die Kinder von konfessionsfreien Atheisten ranzuwanzen. Ja, genau. Das war der Masterplan, der in so einem 200-seitigen Dokument festgelegt wurde. Genau. Dadurch wurde das Thema jetzt wieder aktuell. Es stellte sich raus, dass der Masterplan vielleicht einfach ein deutlich weitgehender Masterplan ist, breiter aufgestellter Masterplan ist, was man eigentlich dachte. Oha. Und ich möchte erzählen über den Vereins TeenStar. TeenStar ist ein Verein, also es gibt auch, das ist eine Abkürzung für was, das ist ein Verein, der sich der Sexualaufklärung von Teenagern verschrieben hat. Die tingeln also so durch Schulen und machen da Aufklärungsunterricht. Aha. Und sie beschreiben sich selbst als ein Programm, das jungen Menschen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Freundschaft, Liebe und Sexualitätsorientierung bietet. Und so einen Beitrag zur positiven Gestaltung der Zukunft unserer Jugendlichen leistet. Der Verein ist ein Teil, also es geht hier jetzt in meinem konkreten Fall um österreichischen Verein und dieser Verein ist Teil eines internationalen, ich kann nicht sagen, Club. Ach, Club? Ja. Der Club ist Teil eines internationalen Netzwerks, hauptsächlich in Österreich, Deutschland, Schweiz und Italien. Die Materialien, habe ich gesehen, gibt es aber zum Teil auch in Englisch. Woher das Geld für die ganze Sache kommt, ist unklar. Der Verein selbst sagt, es sind private Spenden. Mhm. Und Österreich allein, ich rede von Österreich, weil die Medienberichte, die ich gefunden habe, sind aus Österreich, hat der Verein im Jahr 2018 bis zum Sommer, also nur in dem Jahr über 100 Workshops mit Kindern und Jugendlichen veranstaltet. Boah. Das kennt man, also wenn man das nicht bis zum Sommer rechnet, sondern wenn man das ganze Jahr guckt, dann auch irgendwie was auf 150 bis 200 Workshops pro Jahr. Und wenn man das jetzt von Österreich ohne, einfach nur auf die Bevölkerung von Deutschland hochrechnen, kämpfst du darauf, dass sie ungefähr anderthalbtausend bis zweitausend Kurse anbieten würden, wenn die Abdeckung gleich wäre, was ich nicht behaupte. Einfach nur, um eine Größenordnung zu geben. Wenn das also wäre, so wäre, dann wären die Chancen gut, dass die Schule deiner Kinder, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auch dabei wäre. Und der Verein selbst sagt, dass in vielen Schulen Teamstar seit Jahren ein fixer Bestandteil wäre. Und die Schulen laden die ein oder laden die sich selber in die Schulen ein oder wie geht das? Also die Schulen lassen ein... Die Schulen müssen, die wäre jetzt wegen kontaktiert, weiß ich nicht. Gibt es gleich noch ein paar Sachen zu, aber genau weiß ich das nicht. Aber im Endeffekt werden die Schulen die einladen müssen. Wenn du die nicht einlädst, was man will machen. Und das geht dann so, dass du für jeden Jahrgang, also es ist auch so ein bisschen unterschiedlich, die Struktur der einzelnen Kurse und Workshops, die sind völlig unterschiedlich. Ich konnte das nicht auseinanderhalten, aber es läuft ungefähr so, dass sie für jeden Jahrgang halt viermal, zweimal im Jahr, über zwei Jahre, manchmal auch wöchentlich für eine Weile in deine Schule kommen und den Schülerinnen und Schülern was über Sexualität beibringen. Wöchentlich sogar. Aber das ist ja verrückt. Also ich hatte Sexualgrundunterricht als Teil vom Bio-Unterricht. Ja, ich auch. Ohne irgendwelche externen... Also ich bin extrem für Aufklärungsunterricht. Ja, genau. Und das ist auch total okay, wenn das Experten machen, auch externe Experten. Denn diese daherstammelnden Lehrer kenne ich auch. Und das sollte jemand machen, der sich damit auskennt. Das ist wichtiger, als was über die Geografie Grönlands zu lernen. Wenn eine engagierte Lehrerin, ein engagierter Lehrer irgendwas nicht weiß über die Geografie Grönlands, ist das nicht so schlimm. Wenn da im Aufklärungsunterricht so was signifikant schiefläuft, ist das ein Problem. So, was soll ich dazu noch sagen? Achso, das wird... Es ist nicht irgendwie ein Verein in Österreich. Wird ja auch vom Institut für Ehe und Familie empfohlen. Das ist eine Einrichtung der österreichischen katholischen Bischofskonferenz. So, jetzt sind wir auf dem Moment, sind wir auf dem Stand von November 2018, dass uns als die ersten Medienberichte dazu aufkam. Und der Falter, ich glaube der Falter ist so die österreichische Version des Spiegels, man möge mich korrigieren, liebe österreichischen Hörerinnen und Hörer, schreibt, dass man, wenn man Kursleiter werden möchte bei TeenStar, muss man eine recht rigide Ausbildung durchlaufen. Und zwar, der Falter schreibt, wer sich für ein halbes Jahr einmal im Monat als TeenStar-Kursleiter ausbilden lässt, muss zwei schwere Ordner voller klein beschriebener Blätter durchackern. Minutiös lernen die angehenden Sexualberater dabei, wie sie Kontakt zu Lehrern und Mittelschulen knüpfen, wie sie Werbung für ihre Aufklärungskurse machen, wie sie einen Elternabend organisieren und wie sie schließlich ihre Seminare vor Teenagern abhalten. Angehende TeenStar-Kursleiterinnen lernen aber auch, dass der Verein selbst keinen Wert darauf legt, seine Ausbildungsprinzipien offen zu legen. Ach, die Kurspapiere dürfen nicht weitergegeben werden, auf irgendein elektronisches Medium übertragen und nur im Beisein von TeenStar-Oberen eingesehen werden. Ach, die Liebe. Was ist denn da los? Sehr rigide. Nach außen dürfen nur die offiziellen TeenStar-Werbematerialien verwendet werden. Das müsste so sein, um Missverständnissen vorzubeugen. Sodass alles, wissen wir nur, weil wütende Eltern oder, ich glaube, auch enttäuschte Freiwillige den Medien die Kursunterlagen durchgestochen haben. Sehr gut. Im Mosaik schreibt, die Unterlagen, die für die Ausbildung von Kursleiterinnen verwendet werden, zeigen ein völlig anderes Bild als die moderate Darstellung auf der eigenen Webseite. Dann erzähle ich erst ein bisschen was zu den Kursinhalten oder vielleicht erzähle ich erst was dazu, wie die gehalten werden. Und zwar insbesondere Einzelgespräche, die im Rahmen der Kurse stattfinden. Da schreibt Mosaik, TeenStar-Kurse sind aufeinander aufbauende Workshops für Kinder und Jugendliche, die alle ein bis zwei Wochen stattfinden. Im Rahmen eines Kurses sind Kursleiterinnen dazu aufgefordert, zwei bis drei Einzelgespräche pro Teenager zu führen. Termin fixieren in Klauern 15 Minuten. Vorgegebene Zeit nicht verlängern, sondern bei Bedarf stattdessen eventuell einen gemeinsamen Spaziergang oder gemeinsames Essen vorschlagen. Was? Die Fragen, die dann in diesem Rahmen gestellt werden sollen, lauten beispielsweise, wie hast du deine erste Blutung oder deinen ersten Samenerguss erlebt? Ach. In Bezug auf Geschlechtsverkehr könnte nachgefragt werden, ob es eine einmalige Handlung war. Also die TeenStar-Leute reden nie von Sex. Es ist immer Geschlechtsverkehr oder irgendwas, was, ich dachte, der letzte Geschlechtsverkehr in Deutschland hat 1969 stattgefunden. In Österreich ist man also offensichtlich noch dabei. In Bezug auf Geschlechtsverkehr könne nachgefragt werden, ob es eine einmalige Handlung war, ob das Ereignis vor längerer Zeit oder vor kurzem stattgefunden habe und ob es sich um eine noch andauernde Beziehung handele. Habt ihr weiterhin Geschlechtsverkehr miteinander, sei eine adäquate Frage. Aber jetzt platzt Mosaik der Kragen. Zum einen ist es alles andere als üblich, dass sich Sexualpädagogien zu einem Essen oder einem Spaziergang mit Jugendlichen treffen. Das ist völlig verrückt. Sondern massiv grenzüberschreitend. Der Boden der Sexualpädagogik wird hier verlassen. Stattdessen werden Beratungs- bzw. Vorhörsituationen geschaffen. Zum anderen, das alles würden professionelle Sexualpädagogien nie fragen. Schon gar nicht in Einzelgesprächen. Denn es geht sie nichts an und es stellt einen massiven Eingriff in die Privatsphäre von jungen Menschen dar, die sich der Situation nur schwer entziehen können. Ja, ja, genau. Selbst mir als Laie kommt das ja schon höchst merkwürdig. Ja, natürlich. Vor allem. Mann. Ja, wir haben vielleicht noch ein bisschen inhaltlich. Zum Sex vor der Ehe. Weitere empfohlene Fragen zum Thema Sex vor der Ehe sind, wenn ihr euch so sehr liebt, warum heiratet ihr nicht gleich? Du Scheiße. Wenn nicht, warum habt ihr dann Geschlechtsverkehr? Ja. Aber gut, ich lache jetzt darüber, aber was das in den Kindern und Jugendlichen auslöst, Schuldgefühle oder was? Oder irgendwie Gewissenszweifel? Das ist ja furchtbar. Mhm. Sex vor der Ehe wird anhand eines Blumentops aus Ton erklärt, den Kussleiterinnen vor den Jugendlichen zerschlagen sollen. Was? Die Erklärung dazu. Sex findet zwei Menschen seelisch tief aneinander. Wenn die Beziehung zerbricht, können die es beide innerlich verletzen. Das heißt Scherben hinterlassen. Meist leidet dadurch das Mädchen mehr als der Junge. Ach du Scheiße. Wenn die dem Metapher nicht reicht, gibt noch eine zweite. Ist ein zusammengeklebtes Papier, geschlechtergerecht in rosa und blau, das beim Auseinanderreißen kaputt geht und Schmerzen hinterlässt. Ach. Schwarze Pädagogik nennt man das auch. Mosek nochmal, diese Beispiele sind skurril und brutal, also was ihr auch meint. Sie sind aber vor allem manipulativ und einschüchternd. Das ist nichts anderes als psychische Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Ja, sehe ich auch so. Worüber ihr wahrscheinlich euch auch sehr wundern werdet, ist, dass Masturbation mehr mögliche Folgen hat, als ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Ach. Masturbation führt zu Ich-Bezogenheit und einem geringen Schuld- beziehungsweise Selbstwertgefühl. Ist das jetzt Mittelalter oder was? Masturbation ist auch schädlich für einen sogenannten vollen Liebestank. Was? Das ist nicht, was du jetzt denkst. Was denn sonst? Meinen damit, die grundsätzliche Fähigkeit überhaupt lieben zu können. Ja, ja, meine ich auch. Das heißt, wer unaniert, dem fehlt die Fähigkeit zu lieben. Und der kriegt Pickel und wird blind. Krebs kann man auch davon bekommen. Also das gibt es doch nicht heute. Das ist heute. Teenager-Schwangerschaften. Teenager-Schwangerschaften. Also ich kenne mich mit Sex-Ad überhaupt nicht aus. Aber ich würde vermuten, es gibt zwei Felder, die man auf jeden Fall backern muss, wo man große Fehler machen kann und die man auch richtig hinkriegen muss. Es sind Teenager-Schwangerschaften auf der einen Seite und Geschlechtskrankheiten auf der anderen Seite. Alles andere ist auch wichtig, aber irgendwie Beiwerk. Über diese beiden Sachen muss ich den Leuten was erklären. Sonst brauche ich gar nicht anfangen. Würde ich auch so sehen, ja. So. Was sagt Teenstar dazu? Nun, statt Teenagern sichere und einfache Verhütungsmethoden wie Kondom oder Pille nahezulegen, wird Mädchen die natürliche Empfängnisregelung eingebläut. Ach. Möge also eine Mädchen-Tabelle machen und möge seine oder ihre Empfindungen in eine Zyklustabelle eintragen. Da muss ich, ich habe sie mir angeguckt, es gibt auch so, kann man ausdrucken. Da muss ich eintragen, meine Gefühle und Stimmungen für jeden Tag. Was habe ich gesehen, gespürt und es gibt eine Rubrik, was war los? Ich glaube, das ist eine ganz großartige Verhütungsmethode. Und dann hier im Mosaik wieder, die Einzelgespräche sind auch dazu da, haben wir eben schon gehört, um Schwangerschaften abzuklären und gegebenenfalls einen Schwangerschaftstest zu machen. Da sagen die Schulungsunterlagen, wurde bei einer Kursteilnehmerin eine Schwangerschaft festgestellt und überlegt das Mädchen eine Abtreibung. Dann muss die Kurzleitung unverzüglich mit dem Teamstabverein Kontakt aufnehmen, um professionelle Hilfe einer guten Beratungsstelle vermittelt zu bekommen. Wer diese guten Beratungsstellen sind, wird nicht offengelegt. Doch die Schulungsunterlagen empfehlen Methoden, wie man sie von radikalen Abtreibungsgegnerinnen kennt. Die Kursleiterinnen sollen aufzeigen, wie weit das Kind schon entwickelt ist, eventuell mit Bildern und was in einer, das ist die Schockkeule, das ist keine Moralkeule und was im Falle einer Abtreibung mit dem Baby passiere. Ich kaufe ein A und will lösen. Der Zwerg reinigt die Kittel. Herr Till, Sie haben schon wieder gewonnen. Damit sind Sie offiziell der klügste Mensch der Welt. Wie machen Sie das nur? Das ist ganz einfach. Ich trinke jeden Tag vier Liter Perlo. Perlo? Ja, Perlo. Perlo enthält linksdrehende Kohlensäure und erhöht so die Intelligenz. Wow. Perlo. Das Wasser, das klug macht. So, jetzt müssen wir eigentlich über Homosexualität nicht mehr reden, aber machen wir es vielleicht trotzdem. Da schreibt Mosaik, auf ebenfalls nicht näher benanntes gutes Fachpersonal wird verwiesen, wenn Jugendliche homosexuelle Empfindungen äußern. Homosexualität ist ein Identitätsproblem, das durch eine Kombination von Therapie, speziellen Selbsthilfegruppen und geschulter Seelsorge geheilt werden könne. Homosexualität, so sagt Team Star, muss kein Schicksal sein. Vielleicht sollte sich Team Star mit der Bundesvereinigung katholischer Ärzte und ihrer homöopathischen Lösungen nochmal anfreunden. So, das war jetzt also der Stand vom November 2018, als österreichische Medien zuerst der Falter über diese Schulungsunterlagen berichten. Und dann ist was passiert. Herr Standard berichtet, dass die SPÖ eine parlamentarische Anfrage gemacht hat, um zu klären, welche bundesweiten Konsequenzen gezogen werden sollen. Die Grünen erklären, dass homophobe Propaganda an Österreichs Schulen keinen Platz haben dürfe. Dann nochmal der Standard. Eine Fortführung der Aktivitäten des Vereins in der Schule wird in derzeitiger Form nicht möglich sein, gab das Bildungsministerium bekannt. Das Ministerium hat angeordnet, dass bundesweit alle geplanten Sexualkundeworkshops externer Anbieter bei den Bildungsdirektionen gemeldet werden und diese sofort eingreifen müssen, falls das Angebot den Vorgaben widerspricht oder Qualitätsmängel aufweist. Der humanistische Presse-Dienst schreibt, Tienstar weist die Vorwürfe zurück und gibt an, dass das Konzept sich an der bedingungslosen Würde jedes Menschen, an der Gleichwertigkeit von Mann und Frau sowie an der Wertschüttung des Körpers als Ausdruck der menschlichen Personen orientiere und Tienstar somit der humanistischen Werten der jüdisch-christlich geprägten Kultur genüge. Oh. Dann lassen wir nochmal das Institut für Ehe und Familie aus Österreich zu Wort kommen, das der katholischen Bischofskonferenz gehört. Da habe ich einen großartigen Artikel gelesen. Die Überschrift ist, die Homo-Lobby marschiert gegen den Verein Tienstar. Österreichs Bildungsministerium will alle sexualpädagogischen Angebote an Schulen prüfen. Die Homo-Lobby marschiert gegen Tienstar, aha. Also der Direktor dieses Institutes, der heißt Johannes Reinprecht, bestätigt, dass Tienstar einen wichtigen Beitrag für eine wertebasierte und entwicklungssensible Sexualpädagogik leistet. Das IEF kann dem Verein durchaus Unbedenklichkeit bescheinigen, im Gegensatz zu anderen sexualpädagogischen Programmen. In der Hage gibt es jetzt auch Begriffe wie Frühsexualisierung und so weiter. Also die ganze Pegida-Sprech. Ja. Pegida-Sprech ist das. Und diese Demo für alle, die sind bestimmt auch auf derselben Seite. Dann hat sich noch, warum weiß ich nicht, der österreichische Seniorenbund zu Wort gemeldet und ruft jetzt zu spenden für Tienstar auf. Tienstar sei ein wertvolles, persönlichkeitsstärkendes und entwicklungssensibles Konzept, das mit christlichem Wert und Familienbild in Schulen zu einer Sexualerziehung angeboten wird. Na gut. Das war jetzt im November 2018. Da kurbeln wir um ein halbes Jahr nach vorne. April 2019 schreibt der Kurier, das Programm des christlichen Sexualkundevereins Tienstar, also eben hat das Ministerium ja gesagt, oh, wir drücken mal auf Stopp oder auf Pause, besser gesagt, wir gucken uns das alles mal an. Genau. Bevor er was macht, legt es uns erstmal vor. Genau. So. Halbes Jahr später der Kurier. Das Programm des christlichen Sexualkundevereins Tienstar ist laut zwei Analysen für das Bildungsressort wegen Falschinfos und teils menschenrechtlich bedenklichen Aussagen in Schulungsmaterial nicht für den Einsatz an Schulen geeignet. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Ja. Bundeszentrum für Sexualpädagogik findet in dem Programm falsche, massiv tendenziöse und teilweise auch menschenrechtlich bedenkliche Aussagen. Also quasi dasselbe. Das Bildung im Bildungsministerium angesiedelte Koordinationsstelle für Gesundheitsförderung verortete Verstöße gegen das Indoktrinationsverbot. Cool, dass Sie sowas haben in Österreich. Ja. Und auch Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und warnt vor den Folgen eines Einsatzes von Tienstar. Und dann der Kurier. Weil aber der Verein laut Ministerium aktuellere, unbedenkliche Unterlagen vorgelegt hat, darf er weiter an Schulen aktiv sein. Was? Oh. Das Ministerium sagt, der Befund stimmt, aber er bezieht sich auf Unterlagen, von denen der Verein Tienstar behauptet, dass sie nicht mehr in Verwendung sind. Äh. Die Leiterin von Tienstar Österreich, Helga Sebernik, sagt, wie es weitergeht, würden die Schulen und die Eltern entscheiden. Und sie sagt, wir sind da. Man kann uns buchen. Krass. So, dann nochmal jetzt mal fast forward auf heute. Ich habe mir gestern die Webseite teenstar.at angeguckt. Da hat mich eine blinkende Überschrift begrüßt. Endlich. Die Pille ist out. Und was? Sehr zeitgemäß. Dahinter versteckt sich dann ein offensichtlich an Teenager-Mädchen gerichteter Artikel in so röser, schnörkligen Bravo-1990-Layout, wo halt gegen die Pille argumentiert wird. Toll. Da steht, lebenswichtige Vitamine wie Folsäure, Vitamin B2, B6 und B12, Vitamin C und Vitamin E sowie die Moralstoffe, Moralstoffe, sowie die Mineralstoffe, Magnesium und Zink werden durch die Pille auffällig verringert. Ein Lebenselixier, dessen Bildung dadurch verringert wird, ist der Botenstoff Serotonin, der eine Frau glücklich macht und vor Stimmungsschwankungen schützt. Da steht, ein Pillenzyklus ist ein maskierter, durch künstliche Hormone gesteuerter Scheinzyklus. Keine aufgeklärte Frau möchte heutzutage einen künstlichen, manipulierten Scheinzyklus. Frauen möchten natürlich leben. So, und stattdessen soll das Mädchen halt als Schutz vor Schwangerschaften nochmal so einen Zykluskalender führen, der auch hier gleich abgedruckt ist, wo du deine Empfindungen eintragen sollst, dann irgendwie vor Schwangerschaften schützt. Das ist exakt dasselbe wie vor zwei Jahren, also den Unterschied oder vor anderthalb, den Unterschied sehe ich jetzt nicht. Die bieten auch weiter Kurse und Workshops an, werben auch weiter mit Einzelgesprächssituationen. Ich kann da jetzt keine Einschränkungen im Programm feststellen, bis halt auf Corona bedingte Sachen, dass sie es halt gerade nicht machen können. Die Webseite wendet sich auch direkt an Jugendliche und sagt, wir bieten dir an, also immer Bilder von glücklichen Jugendlichen, wir bieten dir an, dich über einen längeren Zeitraum, in Klammer mindestens ein halbes Jahr, mit verschiedenen Aspekten der Sexualität in Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen auseinanderzusetzen. Warum, wenn man denkt, das ist ein österreichisches Problem? Es gibt auch eine Webseite teenstar.de, die ist in demselben Design, aber der Unterschied, der Inhalt ist subtil verschieden. Da werden unter anderem Kursbücher angeboten, ich und mein Körper. Und es gibt genau zwei, eins für Jungen, eins für Mädchen. Eins mit einem blauen und eins mit einem rosa Titel. Für den Fall, dass man es nicht gleich merkt. Und auch in Deutschland können Eltern, Gruppen oder Schulen Teenstar buchen. In Anführungsstrichen, ideal für Schulen, weil leichter organisierbar. Und angeboten werden Formate mit vier Workshops zu je sechs Schulstunden über zwei Schuljahre. Es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass das ein spezifisch österreichisches Problem ist. In Österreich haben sie es nur gemerkt, was die machen. Und es gibt auch überhaupt keine Anzeichen dafür, dass sich der Verein in den letzten anderthalb Jahren eines Besseren besonnen hat. Und jetzt irgendwie eine 180-Grad-Wende in der Sexualaufklärung hingelegt hat. Nee, nee. Krass, dass die Christen immer noch versuchen, Macht auszuüben, indem sie ihre verschrobene Sexualmoral an die Kinder und Jugendlichen weitergeben wollen. Das ist ja irgendwie eine total subtile Art, Leuten Schuldgefühle einzureden und dadurch Macht über sie zu erlangen. Was ist das sonst für eine Agenda, ne? Das glaube ich auch. Über Schuldgefühle? Ob sie bewusst machen, die Schuldgefühle, oder ob das einfach nur ein Nebenprodukt ist, das ist davon, wovon die leben. Und ich meine, das sind von dem Unsinn, den die erzählen, über Masturbation. Über alles, was du bist jetzt. Oder Jugendliche, ja, also, das ist offensichtlich nicht so. Aber Argumentationen über, wie man Schwangerschaften verhütet, da möchte man die Leute am Kragen packen und Ohrfeigen. Ja. Also, weil du da wirklich richtig, es ist nicht nur bösartig, sondern der Schaden, der da angerichtet ist, auch massivst. Ja. Das ist ein massiver Schaden. Genau, also für mich sieht es aus, ob man einfach Schuldgefühle erzeugt und darüber dann die Leute packt. Dann hast du auf einmal Einfluss auf die. Ja, und die sind ja vielleicht auch davon überzeugt, ne? Abtreibungsgegner sind ja auch davon überzeugt, dass sie halt das Leben da schützen oder so. Also, das muss ja noch nicht mal unbedingt nur so ein Mittel zum Zweck sein. Und wenn du denen heute das einredest, dann wählen sie morgen die konservativen Parteien, ne? Wenn die Teenager heute aber eingebracht kriegen, dass das Abtreibungsmord und so weiter, ne? Wie die da argumentieren. Krass, an die Kinder sich so ranzuwanzen. Naja, vielleicht mache ich noch ein Fazit. Also du hast ja, Till, du hast vor einer Weile über eine Offensive der EKD berichtet in Deutschland, dass sie festgestellt haben, dass es nicht ausreicht, sich an die Kinder von Kirchenmitgliedern zu wenden, sondern dass sie sich unter, also auch unter expliziter Umgehung des Grundrechts auf Glaubensfreiheit und in langfristig geplanter Kungelei mit der Politik, insbesondere der Bildungspolitik, in Bildungspläne reinwanzen muss. Ja. Um mit dem Ziel, ihre eigene Ideologie in die möglichst früh, in die in Anführungsstrichen formbaren Gehirne von Kindern von Atheisten und Konfessionsfreien zu fahren kann. Und dabei ist auch egal, ob die Eltern das wollen oder nicht. Denn wenn man sich jetzt explizit dagegen entscheidet, die Kinder nicht in Religionsunterricht und nicht auf eine kirchliche Schule schickt, das ist egal. Das ist für die Kirche kein Hindernis, sondern es ist erst recht ein Grund, sich an die Kinder heranzumachen. Die wissen ganz genau, was wir ja auch immer sagen. Wenn man als Kind nicht indoktriniert wird, dann bekommen sie die später nicht mehr als neue Christen. Ja. Und Dienstag macht halt genau dasselbe. Ganz heimlich, nach geheim zu haltenden Schulungsunterlagen wird also unter massiven Grenzüberschreitungen und auch unter unethischer Ausnutzung der Unsicherheit von Teenagern, hey, als ein Teenager wird denen die eigene reaktionäre Sexualmoral eingeimpft. Das darf aber niemand wissen, weil die Eltern sonst wahrscheinlich mutmaßlich protestieren würden und es offensichtlich so im konservativen Österreich den staatlichen Regelungen widerspricht. Soweit wir das sehen können, macht der Verein das immer noch in Österreich, in Deutschland und vermutlich auch in der Schweiz und in Italien. Der österreichische Verein ist also kein isoliertes Problem, sondern Teil des offensichtlich gut finanzierten internationalen Netzwerkes, das mutmaßlich auch noch andere Organisationen umfasst, die halt nicht so heißen. Ich habe halt nur die gefunden, die auch wirklich so heißen. Und wir wissen eigentlich nur von diesem einen Nieder, dass er aufgeflogen ist. Ja, ja, genau. Deshalb wissen wir das. Es kann auch viel andere geben. Ich würde das wundern, wenn es keine anderen gäbe. Und es gibt auch, oder ich kenne keine Anzeichen, dass sich die Inhalte seit Herbst 2018 substanziell verändert haben. Vielleicht endet das Ganze in einem Appell, Leute, Hörerinnen und Hörer, passt auf eure Kinder auf. Ja. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Kirchen und christliche Vereine groß angelegte Missionierungsaktivitäten an den Schulen eurer Kinder planen und die auch durchziehen. Ihr müsst, auch wenn was lästig ist, genau hingucken, was erzählen die, was kriegen eure Kinder erzählt, auch wenn das an manchen Stellen unangenehm ist und man das eigentlich lieber Profis überlassen möchte. Wir müssen ganz, ganz genau hingucken. Denn nur wenn die Eltern laut protestieren und Grenz- oder vielleicht auch Rechtsvorsitzungen aufzeigen, kann man sie damit zurückhalten. Ja. Wie bei Teamstar. Zumindest für eine Weile. Ja, schlimm. Denkt man ja gar nicht, dass die Schulen da aber auch nicht aufpassen. Ja, dass irgendwelche Leute einfach irgendeinen Workshop ziehen. durchziehen lassen. Ja. Also man muss ganz klar sagen, das entspricht alles der Lehrmeinung der katholischen Kirche. Ja. Es erscheint uns wild und mittelalterlich und abseitig, aber das ist, was die katholische Kirche sagt. Bei den Protestanten weiß ich es nicht so recht. Weil man da nicht so weit recht, nicht nie so recht weiß, was die eigentlich denken. Also dass die Bischofskonferenz sagt, ja, ja, wieso? Also ist doch, ich verstehe mir nicht. Und katholische Schulleiter, die vielleicht auch unter Einfluss der Kirche ausgewählt werden, dass sie dann auch schlecht sagen können, nee, das machen wir nicht, das ist uns doof. Das kann man auch irgendwie nachvollziehen. Ja, in allen katholischen Schulen, da kann ich mir das, also die gehen ja gegebenenfalls sogar noch damit konform, ne, mit vielem, was da gesagt wird, aber in anderen Schulen. Ja, komisch, ne? Vielleicht sind die froh, dass sie irgendjemanden haben, der sagt, ja, hier, ich mach's für euch. Ja, aber nochmal, also es gibt kein Anzeichen dafür, dass das nur in katholischen Schulen ist. Also die Schulen sind öffentliche Schulen. Ja, ja. Ich hab da irgendwie, ich glaub Pflichtschulen ist der Terminus in Österreich. Das kann auch sein, dass irgendwelche in Anführungsstrichen weltanschauliche neutrale Schulen die anheuern. Ja. Weil sie denken, wir machen das schon. Unser stammelnder Oberstudienrat ist da nicht so, wird da nicht so exponiert. Ja. Übel. Sehr interessant auf jeden Fall. Geschäßendienst da. Also man muss ganz genau hingucken. Man kann den Leuten halt nichts glauben. Die sagen, doch, doch, das ist alles total in Ordnung. Nein, nein, gehen sie weiter. Oder in dem, was du hattest, ist doch nur ein Bildungsangebot für die Kinder. Ja, genau. Und wenn du genau hinguckst. Das ist echt schlimm. Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu gesellschaftlichen und politischen Dingen aus humanistischer und atheistischer Sicht. Wie immer freuen wir uns darüber, wenn ihr uns Kommentare, Hinweise, Hass und Liebe sendet auf manglaubtesnicht.wordpress.com. Ihr könnt anonym bleiben, braucht keine E-Mail, das anzugeben. Schreibt uns einfach, was euch auf der Seele brennt. Und damit sagen wir Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020